Dann können wir, glaube ich, doch gleich kurz die Waffe reparieren gehen. Wie viele sind denn hier von diesen Viechern? Oh, okay. Nicht sterben. Oh, das war verkackt. Und beide auf einmal. Seele, Ritter. So, hier oben sollte die Abkürzung sein. Ist hier sonst noch was zu holen? Oh, das ergibt irgendwie keinen Sinn hier. Oh, da geht's ziemlich... Bewegt er sich? Oh Gott. Ich dachte gerade, er bewegt sich. Ich bin echt paranoid bei den Dingen. Juhu, mit Feuer. Boah, geht das hier hoch? So. Zack. Sind wir hier gleich bei diesem Leuchtfeuer. Das ist doch geil. Können wir uns da einmal hinsetzen. Hallo. Und darf wiedersehen. So. Ein einziger Boss steht uns noch im Weg. Zum... Zur letzten Lordseele. Beziehungsweise zum Kampf gegen... Was auch immer. Keine Ahnung. Oh Gott. Okay. Ähm. Ist das die richtige Richtung? Nee. Ich glaube, ich springe hier einfach runter. Ach, ich wollte eigentlich meine Waffen reparieren. Ja, das geht doch klar hier. Aber das dauert ja fast genauso lange noch mal. Diesmal nach unten. Ich hoffe, das ist egal, dass sie mir jetzt folgen. Aber ich denke schon... Ah, guck mal. Hier ist doch noch ein Leuchtfeuer. Aber ist ja komplett unnötig. Oh, ich sind hier nicht zu schnell. Ah, okay. Ähm. Hm. Nee, ich hole mir hier keine fünf... Äh, keine zehn Leucht... Äh, hier ist das Vakos. Mein Gott. Mir fehlen die Worte. Liegt hier oben ein Itemmodus? Ah, ich wusste es doch. Niemand verarscht mich hier. Oh. So. Jetzt ist noch die Frage... Wie ich hier unbeschadet runterkomme. Ähm. Kann ich hier drauf landen? Ohne zu sterben? Vielleicht. Ah, sehr gut. Was ist das hier? Brauchst Trost. Na, nicht wirklich. Gelobt sei die Sonne. Versuch's mit Schweif. Okay. Ja, dem Endboss... Äh, diesen Boss kann man hier... ...den Schweif abschlagen. Aber ich glaube, dann wird er irgendwie noch härter oder so. War das nicht so? Ich weiß gar nicht. Ist auch egal. Ich muss kurz überlegen, ob ich hier irgendwie was gegen Feuer vielleicht hab. Mhm. Ja, ich denke, wir machen das so. Zack, zack. Das wird dann hier der Graswappenschild. Und wir versuchen... Ich versuche dann einfach mal den ganzen Schaden wegzutanken. Und hoffe, dass das... ...einigermaßen klappt jetzt. Oh Gott. Das wird, glaube ich, ziemlich schief gehen. Ich hab den Boss, glaube ich, bisher nur ein oder zweimal gemacht. Ich hab den Boss, glaube ich. So. So. 1000 Fuß Dämon. Das Vieh ist super gruselig. Und super eigenartig. Eigenartig. Oh Gott. Bitte kommen wir näher ran. Oh nein. Oh. Oh fuck. Blocken ist nicht so geil. Oh. Okay, komm näher ran. Das Ding ist, ich bin noch zu langsam und ihn dann... ...ging. Ah, okay. Wow, fuck. Okay, aber das könnte funktionieren. Ah, scheiße. So. Ah, fuck you. Hä? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh man, komm schon. Ah, zu langsam. Fuck you. Oh, ich lebe noch. Das ist ja gut. Ey, das ist doch beschiss. Ich will, dass du näher rankommst. Meine Waffe ist zu langsam. Ah, jetzt kommt er. Oh, ja, da kommt er. Oh, ich sehe nichts. Wo ist er? Hallo? Oh Gott, ich sehe doch nichts. Ich habe das Gefühl, ich kann gegen nichts. Oh, da habe ich Glück gehabt. Ich sehe hier echt nicht, was ich mache. Irgendwie ist dieser Gegner sehr eigenartig. Wow, fuck. Ja gut, da hat er mich erwischt. Ach, ja. Ich habe bei dem... Das ist so einer dieser Bosse, die ich echt noch zu selten gemacht habe, als dass ich da eine richtig gute Technik kenne. Also deswegen wird das hier vielleicht jetzt echt ein bisschen... Tut mir ja auch leid, aber so ist es immer. Ich glaube, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Einmal halt normaler Durchlauf und einmal New Game Plus. Und bei New Game Plus ist es ja immer nochmal so eine andere Sache, weil man da eher nochmal einfach durchtanken kann. Und den Gegner mit drei, vier Schlägen besiegt. Und da eigentlich habe ich ihn nur ein einziges Mal richtig bekämpft. Und ja. Das sieht man hier vielleicht. Oh. Das vielleicht aufsammeln. Okay. So, und jetzt ready machen. Fuck you. Nein, ich komme hier nicht ran. Okay. Oh, fuck you, Mann. Scheiße. Ah. Na, jetzt kommt der mal in näher. Bam. Oh. Fuck, er hat mich. Nein, 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 nein. Lass mich raus. Oh, Gott sei Dank. No, komm schon. Ey, komm schon, Mann. Aber zum Glück zieht das so wenig. Das ist echt nichts. Autsch. Autsch. Hey, ein Bossgegner, bei dem ich versage wie sonst was. Das ist doch schon mal gut. Okay, ich glaube, wir sollten das hier ein bisschen abändern. So, fangen wir doch mal damit an. Ich will leichter sein. Dann... ...will ich eine schnellere Waffe mit höherer Reichweite. Wo ist meine Helibade? Da. Da. Okay. Noch nicht leicht genug. Ich würde die ungern wegwerfen. Na gut, scheiße. Vielleicht reizt werde ich die Silberrüstung. Nee, fuck. Okay. So, jetzt gucken wir, was besser ist. Okay, die ist besser. Okay, versuchen wir es so. Ich glaube zwar, dass das total schief läuft. Aber was soll's. Immerhin sind wir jetzt ganz schnell und können ihm vielleicht schon von Anfang an ein bisschen Schaden machen. Auch wenn wir jetzt natürlich um einiges empfindlicher sind. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Da, scheiße. Meine Waffe wird immer noch als Verletzter gezeigt. Also, nicht verletzt, aber kaputt. Oh, Seelen. Oh, komm her, mein Freund. Komm her. Okay, nicht getroffen. Hä? Okay, das ist sehr einartig. Irgendwie treffe ich ihn nicht. Das ist so komisch. Ah, scheiße. Sehr gut. Ah, fuck. Immerhin habe ich geblockt. Ey, ich sehe nichts. Ernsthaft. Das kann ich dein Ernst sein, mein Freund. Ich will einmal einen Haltrand nehmen. So, okay. Oh. Gott sei Dank nicht getroffen. Wo bin ich? Komm schon. Ah, okay. Ja, du Wichser. Du Wichser. Es hat funktioniert. Bam, bam, bam. Ja, das ist doch gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Hat funktioniert. Ab und zu muss man einfach die Taktik ändern. Dann funktioniert es plötzlich. Na, wo ist der Rest? Meine strahlenden Rüstung. Da, zack. Ach, immer in die falsche Richtung. Da müssen wir jetzt den Ring wechseln. Wann ist denn? Da, reduziert Lava Schaden. Mit dem können wir jetzt hier wunderbar über Lava gehen und kriegen kaum noch Schaden davon. Nochmal wechseln. Ja, wo ist er denn? Da. So. Super. So fühle ich mich wieder gut. Okay, jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg finden. Ins Izzalit. Grüne Schärfe ist immer gut. Hm, wo gucken wir denn? Wir sind jetzt übrigens ganz unten so. Da oben waren wir vorhin. Oder ganz oben waren wir noch vorhin, vorhin. Nachher. Ups. Ein bisschen verbrannt habe ich mich hier. Was ist denn hier? Das sieht doch wie ein Tor aus. Okay, nein. Hier geht's nicht lang. Hier. Ich glaube, hier war irgendwo eine geime Tür oder so. Ich glaube, hier war irgendwo ein Tor aus.